Hier einkaufen. Für ein starkes Sachsen. Klicksachsen. Eine Aktion von Radio PSR. Wir greifen im sächsischen Handel mit Klicksachsen ein bisschen unter die Arme und nicht nur dem Geschäft um die Ecke, sondern natürlich auch dem Online-Händler. Seit neuestem dabei Two Guys aus Dresden. Holger Pflugbeil, verraten Sie uns doch mal bitte, was hinter Two Guys steckt. Hinter Two Guys steckt einfach die Idee, diese Textilien nachhaltig und fair an den Mann zu bringen. Also vom ersten Faden quasi bis zum letzten Krieg in der Kette, was dann der Verkäufer ist. Was auch immer. Ja. Und es sind nur Shirts oder gibt es auch Kinderklamotten? Also nein, es sind T-Shirts von Größe S bis XXL. Jetzt direkt Kindersachen, also so weit sind wir noch nicht. Der Gedanke ist natürlich, in Zukunft auch das Ganze noch ein bisschen auszuweiten. Und warum machen Sie bei uns mit, bei Klicksachsen? Weil ich das grundsätzlich eine sehr gute Idee finde. Und ja, man hofft sich natürlich, dass man so ein paar Leute mehr erreichen kann, die vielleicht noch gar nichts davon wissen. Und die Leute vielleicht animiert, dann doch mal vorbeizuschauen, sich über die Idee noch etwas genauer zu belesen. Unsere Idee kam ja auch mit diesen Nachrichten, die vor zwei, paar Jahren jetzt so im Umgang waren, mit, was weiß ich, Bangladesch oder wo das war, mit diesen kleinen Gebäuden da, wo große Firmen durchaus herbeziehen, aber sich in Dreck drum scheren eigentlich, was wirklich passiert. Und das geht eben da los. Und das ist kurios, dass da ein Euro schon entscheidend ist, ob das nachhaltig ist oder nicht. Ja. Und das können wir auch nur unterstützen mit Klicksachsen. Und wenn man sie finden möchte, kann man das also über 2guys.de oder eben auch über klicksachsen.de. Richtig, genau. Sehr schön. Dann ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, dass das viele inspiriert, bei Ihnen einzukaufen. Vielen, vielen Dank. Hier einkaufen. Für ein starkes Sachsen. Egal ob in der Stadt oder im Netz. Alle Infos und Mitmachmöglichkeiten jetzt auf klicksachsen.de. Eine Aktion von Radio PSR. Klick Sachsen. Hier lebe ich, hier kaufe ich.